Wir, das Team der MakeMedia Studios, bieten Bremer Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Unterrichtsinhalte durch kreative Medienarbeit umzusetzen. Bei uns werden zum Beispiel Trickfilme, Hörspiele, Kurzfilme und Reportagen oder Fotostories produziert. Gleichzeitig informieren wir Schülerinnen und Schüler über Themen wie Social Media, Datenschutz oder Fake News und stärken so Medienkompetenz. Und was uns zu unserem endgültigen Glück noch fehlt, erzählt nun Schülerpraktikant Elin. Jetzt kenne ich mich gerade im Augenraum. Sieht das alles schon mega cool hier aus, aber irgendwie fehlt hier was. Und zwar dieses Sofa hier. Wie krass sieht das denn bitte aus? Sieht auch aus wie ein Mischpult. Das würde perfekt in unsere Studios passen. Wenn ihr auch wollt, dass das Sofa bald bei uns steht, könnt ihr jetzt unten eine kleine Spende abgeben. Das würde uns ja unterstützen. Vielen Dank.